... was Kunst alles potenziell kann. Wer sind denn die Akteure? Wo gibt es Aufgaben, die kulturschaffende, kulturelle Institutionen hätten? Also das eine ist die Frage eben, wie kann man Kunstproduktion, finde ich, der Verwertungslogik entziehen. Das ist für mich wirklich eine große Frage. Das andere ist aber auf der Ebene der Institution, finde ich, ist das Stichwort Kooperation. Kooperationen suchen, Kommunikation suchen, die Häuser öffnen, Kooperationspartner finden, mit denen man Fragen entwirft, Fragen aufstellt, Veranstaltungen macht. Wir machen die Runde fertig und dann gibt es noch Möglichkeiten. Das dauert dann ja ewig lang, bis die Runde vorbei ist. Nachher, ich nehme dich gleich dran. Genau, darum würde es gehen. Vielen Dank.